An-Kathrin Götze zeigt zum ersten Mal ein Hochzeitsbild Endlich bekommen Mario und An-Kathrin Götzes Fans einen kleinen Einblick. Im vergangenen Mai gaben der Profi-Fußballspieler und das Model sich nach sechs Jahren Beziehung das Ja-Wort. Bisher war über das Ereignis lediglich bekannt, dass die Turteltauben sich im kleinen Kreis standesamtlich trauen ließen. Doch nun offenbarte die Bauti endlich ein weiteres Detail, An-Kathrin postete jetzt das erste Foto von ihrer Hochzeit. In ihrer Instagram-Story ließ die schöne Blondine mit einer Diasso ihr Jahr 2018 Revue passieren. Zu ihren Highlights gehörte natürlich auch die Heirat mit ihrem Langzeitpartner, auf dem bezaubernden Bild sind Mario und An-Kathrin zu sehen, die vermutlich gerade ihren ersten Kuss als Mann und Frau austauschen und somit ihre Ehe besiegeln. Mit der hübschen Aufnahme enthüllte die 29-Jährige auch ihr Hochzeitsutvizitrug einen weißen Zweiteiler aus einer Hose und einem eleganten Karte. Ihr Gatte kleidete sich in einen schlichten schwarzen Anzug. Mario und seine Frau genießen das Erleben seitdem in vollen Zügen. Ihre traute Zweisamkeit verbringen sie dabei am liebsten gemütlich zu Hause, wie Ann-Kathrin kürzlich verriet, wenn Mario zu Hause ist, dann schauen wir Serien. Wir kochen oft zusammen. Und wir sind gerne in der Natur. Wir gehen viel spazieren, berichtete die Schönheit gegenüber Galah. Ich bin gerne in der Natur. Ich bin gerne in der Natur. Ich bin gerne in der Natur.